Ich freue mich sehr, dass sehr viele Teilnehmer beim Stabilisationstraining für die Füße, Sprung und Kniegelenke dabei sind und dass wir hier beim Lex Lauf-Experten-Team die Räumlichkeiten zum Training nutzen können. Denn ganz oft wird bei den Läufern und Triathleten vergessen, auf die Fuß- und Beinachsenstabilität zu achten. Und mir liegt es sehr am Herzen, dass ich den Teilnehmern Inputs mit nach Hause gebe, wie sie die Füße einerseits kräftigen können, andererseits mobilisieren und gleichzeitig die Stabilisation verbessern. Dazu machen wir das Training auf der Matte und auf den Pets und ich gebe den Teilnehmern Übungen für zu Hause mit, so dass wir beim nächsten Mal dann gucken können, ob fleißig trainiert wird und eine Verbesserung schon stattgefunden hat. Ich freue mich auf alle, die dabei sind und mitmachen wollen. Ciao!